So, hallo Freunde. Heute mal wieder was Lustiges von der Baustelle, was ich so entdeckt habe als alter Handwerker. Und ich habe mich bald nicht mehr eingekriegt. Man muss sich folgende Situation vorstellen. In meinem öffentlichen Bau, ich sage jetzt mal Kindergarten, wurde ein neuer homogener PVC verlegt. Ja, und dann habe ich das entdeckt und ihr schaut am besten mal, was ich da gesehen habe. Ja, da sieht man nämlich die alte Übergangsleiste. Der alte Boden ist dieser braune dahinter. Und der neue Boden ist der helle Boden hier vorne vor uns. Und die Deppen haben einfach die Übergangsleiste nicht abgeschraubt. Wahrscheinlich hatten sie keinen Schraubendreher dabei. Und haben dann einfach auch noch 5 mm davor abgeschnitten. Also ich als Handwerker habe früher einfach, wenn sowas mal passiert ist, dann einfach mal den neuen Boden 5 mm länger gelassen. Über die Übergangsleiste 5 mm rüber stehen lassen. Am nächsten Tag Übergangsleiste abschrauben und dann drückt die Übergangsleiste den neuen Boden auch wieder herunter. Er ist ja dann 5 mm länger. Aber man hätte ja auch noch mit ein bisschen Können und Lust und Laune mit einem ganz scharfen Messer vielleicht haargenau an der Übergangsleiste entlang schneiden können. Aber so sieht man jetzt schon im Stehen, dass man dort keine Lust hatte und da 5 mm Wellenschnitt förmig fehlen. Sowas hätte ich gar nicht früher abliefern dürfen. Ich habe mich bald nicht mehr eingekriegt, wo ich das gesehen habe, Freunde. Sowas wird heutzutage abgenommen in einem öffentlichen Bau. Unsere Steuergelder fließen da hinein und die Handwerker haben keinen Bock. Naja gut, okay, ich habe jetzt meinen Frust abgelassen. Wie gesagt, bei uns ging sowas früher nicht. Heutzutage ist wahrscheinlich alles möglich. Ja, okay, das war es jetzt. Jetzt muss wahrscheinlich irgendwann der Handwerker nochmal anrücken. Neubohren, nochmal da bohren, wo schon so viele gebohrt haben vorher. Noch ein breiteres Übergangsprofil setzen. Da wo es hin muss, ist es ja schon. Und jetzt muss da ein breiteres hin, was extra Geld kostet. Wiederaufwand. Es wäre doch alles so einfach gewesen. Lösen, drunter schieben, weg von der Baustelle. Ne? Wir gucken nochmal. Viel Spaß, Freunde. Also, das war ja auch eine Malerfirma. Naja, egal. Gut, tschüss, Freunde. Ich musste das mal loslassen. Heutzutage ist eben alles möglich. Tschüss, Freunde.